Rums. Rot-Grün ist Geschichte. Zu Recht. Zu bräsigt die Politik. Zu schlecht das Land. Mittelmaß statt Anspruch. Das rächt sich irgendwann. Die Menschen hatten es einfach satt. Immer nur hintere Plätze. Wir wollen auch mal vorne dabei sein. Bei Schule, bei Wirtschaft, bei Verkehr. Und genau das muss die CDU jetzt umsetzen. Die Wähler wollen eine Veränderung, eine andere Politik. Ehrlicher, schneller, zukunftsorientiert. Sagen, was ist. Machen, was gemacht werden muss. Weniger Ideologie, mehr Vernunft. So stellen wir uns NRW vor. Kein weiter so. Jetzt müssen andere ran. Neue Macher braucht das Land. Und die Latte liegt hoch. Klarheit bei den Schulen. G8, G9, Inklusion, Unterrichtsausfall, Sicherheit im Land, mehr Polizei, bessere Ausstattung, konsequenter Umgang mit Kriminellen und natürlich Infrastruktur. Egal ob Straße oder Schiene. Baustellen, auf denen gearbeitet wird, die fertig werden. Zügig. Und natürlich schnelles Netz. Wirklich schnell. Überall. Nicht nur in den Großstädten. Es gibt viel zu tun. Fangt an. Und zwar sofort. Übergung. shows up die